Alle raus! Alle Soldaten sofort evakuieren! Ja, ja. Ganz ruhig bleiben. Bam! Okay, ich wechsle mal die Waffen. Oh, oh, was geht ab? Oh, da rechts, links, links! Ja, Mann! Wo noch, wo noch, wo noch? Oh, wo kommt denn her? Ambrose, äh, steht, Ambrose steht da und macht nichts. Ambrose, du schaust die falsche... Alter, Ambrose, echt im Arsch. Ab, 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 ab! Ja. Niedergeknüppelt habe ich ihn. Oh! Oh, oh! Hat er einen Besucher gehabt, oder was? Wahnsinn! Oh, wo kommt der her? Fuck, 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 fuck! Nein! Helf mir doch, ihr Arschlöcher! Oh Gott! Wo kommen die alle her? Oh mein, weiß, du schießt aber genau falsch. Mann, Mann, Mann! Ey, warte, warte! Nazi! Und der? Der nicht. Jetzt ist er auch hin. Meine Fresse! Was ist hier denn los? So einen Burger will ich jetzt haben. Gib da so einen verdammten Burger, den habe ich mir verdient. Okay, okay. Jungs und Mädels sind ja dabei, ja? Hier ist nichts mehr zu holen, glaube ich. Nein. Colonel Green ist so ein Idiot. Echt, oder? Colonel Green ist so ein Idiot! Komm schon! Folget mir! Wir müssen weg hier! Oh! Da flüchtet er! Granätchen! Ja, Mann! Gute Arbeit, ich weiß! Oder stirbt auch einer! Und versteckt sich, ey! Arschhole! Da ist noch einer! So, Armour ist eingenommen, oder? Oh, ich höre schon wieder ganz schlechte Geräusche. Ganz schlecht! Du hast noch normale Gegner! Komm her! Das ist natürlich Gift! Oh, und da unten geht's hier ab! Ich geh mal das Ding hier! Oh, da unten! Oh! Ich komme hier nicht hin! Verdammt! Da komme ich nicht hin mit der Waffe! Mit diesem Gewehr zumindest nicht! Mal kurz heilen hier! Oh! Komm schon! Ja, ja! Nein! Nicht sterben! Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Jetzt bleibe ich unten, ey! Okay! Kontrollpunkt gespeichert! Oh, es krummelt! Was geht ab? Wow! What the fuck! Oh, shit! Töten! Zerstöre den Xenosporenturm! Schieße auf die Schwachstellen mit schweren Waffen! Okay, okay! Schwachstellen! Oh, fuck! Was macht der denn? Oh, fuck! Dann müssen wir diese Stellen nur geschießen, um sie auszuschalten, ja! Wow! Okay, okay! Ich schieße, ich schieße, ziehe auf die Schwachpunkte! Mach ich doch! Okay! Der ist weg! Komm schon! Komm schon! Nein! Was macht der dritt sich weg? Nein! Was tut das? Du Arschloch! So, jetzt machen! Toll, der, 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 der kaputt ist hier, äh... Die ganzen Viecher! Dreh das nicht mal um! Oh, fuck! Wenn ich das natürlich nicht umdrehe, dann ist das natürlich Gift! Wow, wow, wow! Oh, Mann, dann muss ich jetzt runter! Ja, ich muss aber... Oh, das ist aber auch... Jawohl! Komm, 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 komm! Oh, nein! Fuck you! Komm schon, komm schon, komm schon! Oh! Jungs und Mädels, ihr müsst mich halt beschützen! Komm, komm, komm! Nein, daneben! Mach ich doch! Nervt mich nicht! Ich schieße! Komm schon! Der ist getroffen! Jawohl! Hab ich! Und jetzt nochmal oben! Komm schon! Lad nach, lad nach, lad nach! Nein, 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 nein! Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Hilf mir mal einer! Nein! Nein! Oh, Gottes Willen, nein! Scheiße! So ein Dreck, Alter! Das ist natürlich Mist, sowas! Die Pistolefeuer zur Shell Stand da eben! Ein Schreibfehler, das regt mich noch mehr auf! Rot ist sehr schwer, Wahnsinn! Welch kluger Rat! Okay, okay! Hoch, da kommt's geflogen! Ich erzähle ich's erst! Boah, krass! Bäh, moina! Hu! Heftige Scheiße! Ich schieße, ich schieße! Ich schieße ihm ins Auge! Da passiert im Nikis! Komm jetzt! Ich schieße, ich schieße! Ja, ja, ja! Läuft, läuft, läuft! Jawohl, jetzt läuft's! Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn! Komm schon! Mann! Was gibt's denn nicht? Jetzt muss ich doch nochmal runter! Ach guck, hier ist auch ein... Oh, geil! Hier ist auch einer... Halt, nein! Was mach ich? Ich muss... Oh, fuck you, ey! Verpisst euch! So, 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 so! Komm schon, komm schon, komm schon! Lade nach, lade nach! Und heil dich vor allemal! Und jetzt schieße ich mal genau ins Auge! Mann! Komm schon, komm schon, komm schon! Was ist los? Oh, Mann, egal! Jetzt schieße ich so! Ich mach so, ich mach so, ich mach so! Oh, lade nach! Komm schon! Komm, 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 komm! Ey, das kann's doch nicht sein! Fuck you! Komm schon! Ich krieg ihn nicht, ich krieg ihn nicht! Ich krieg ihn nicht! Mit schwerem Lassen! Mann, 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 Mann! Ich bin schon tot! Nein! Nicht schon wieder! Nein, 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 nein! Komm schon, verpisst dich! Schieß doch, schieß doch, schieß doch! Um Gottes Willen! Ja, ja! Seh ich nicht! Ey, der schießt nicht! Es stirbt einfach nicht, das scheiß ich! Oh, Mann, echt! Ja, ja, was soll ich machen? Fuck you! Fuck you! Komm schon! Jetzt hab ich ihn aber! Nein! Fuck! Oh, Jungs, mir hilft aber auch keiner mehr! Ich renne hier! Fuck it! Ja, ja! Mann! Mann! Oh Gott, oh Gott! Der muss jetzt immer sterben! Ja, das ist ja Wahnsinn! Komm schon, stirb so halt! Oh, was war das denn? Was war das denn? Jetzt kommt schon Latt nach. Und jetzt ist noch die Chance. Komm schon. Jetzt muss ich aber in den Hammer. Ja. Jetzt habe ich ihn, oder? Jawohl. Oh. Oh, krass. Kranke Scheiße, Mann. Oh. Der Gäste ist. Weiter so. Naja. Gut gemacht. Boah, alles im Arsch. Wahnsinn, hey. Tch. Kontrollpunkt gespeichert. Ja, sehr schön. Mein Gott, was ein Stress. Hey, warte auf mich. Wo seid ihr denn? Was soll ich jetzt machen? Grayson, Sie haben viel Blut verloren. Ich brauche nur ein paar Stiche. Echt, oder? Ist mir egal, ob das mein letzter Kampf ist. Samos muss dran glauben. Oh. Gell? Le Traitor. Komm verdammt noch mal rein, Pierce. Ja, ja. Läuft jetzt doch alles sicher hier. Mach mal keinen Stress. Ist doch alles im Griff. Ich sollte dich einsperren lassen. Du hast mir dieses Ding ins Lager gelockt und einen direkten Befehl missachtet. Ich sagte doch, keine Toten. Was hätten wir denn sonst tun sollen? Das Pentagon gab Befehl, sie lebendig zu fangen. Koste es, was es wolle. Du wirst dich verantworten müssen. Merk dir eins, Soldat. Wenn du jemandem die Schuld geben willst, dann gib sie ihr. Sie wusste, was in Einheit 3 los war und hat nichts verraten. Ich hatte auch Befehle, Colonel. Dies war eine Geheimoperation. Und ich dachte nicht, dass Sie den Komplex überhaupt verlassen. Wir haben uns geirrt. Aber ich weiß, was uns erwartet. Sie müssen auf mich hören, Colonel. Der Generalstaat glaubt, er könnte das Programm retten. Aber das geht nicht. Man kann sie nur aufhalten, indem man sie tötet. Alle. Du willst, dass ich gegen die Befehlskette verstoße? Gegen die Strategie, die vom Verteidigungsminister höchstpersönlich kommt? Ich möchte, dass Sie Ihre Männer retten. Noch geht es. Lächerlich. Es sind bereits neue Truppen unterwegs. Das wird alles nicht mehr lange dauern. Ich habe meine Befehle. Ihr habt alle bis auf weiteres Arrest in der Basis. Echt, oder? Das ist ein Befehl. Warum hauen die jetzt ab? Warum hauen die ab? Ja, Green, es tut mir leid. So, aber ne? Keine Ahnung. Ich bin da irgendwie mit reingeraten. Ich habe da nichts mit zu tun. Tut mir leid. Ich gehe mal zu denen. Jungs und Mädels, was sieht es aus? Wir müssen alles geben. Unglaublich, dass ich das sage. Aber das Befolgen von Befehlen bringt uns nicht weiter. Wir müssen wegen Summers was unternehmen. Da sage ich Amen, Bruder. Aber ohne sie. Was wurde aus dem Zeug, das wir im Irak gefunden haben? Vergessen Sie den Irak. Wir müssen uns auf Summers konzentrieren. Er hat die Ärzte zurück in Abschnitt 3 gebracht und will, dass sie beenden, was sie begonnen haben. Das weiß ich. Ich kann sie hineinbringen, aber sie müssen ihn aufhalten. Dir traue ich keine Sekunde. Habe ich eine Wahl. Wir brauchen ihre Hilfe, ob es ihnen passt oder nicht. Wie kommen wir hier raus? Ich kenne ein paar Piloten, die mir was schuldig sind. Die werden uns fliegen. Aber sie setzt keinen Fuß in meinen Vogel. Das ist amtlich. Gell? Ja, jetzt gucken sie mich alle an. Was wollt ihr von mir? Folge Grayson zum LZ-Depot. Ja, Grayson, das steht da. Das schaut mir blöd an. Das ist mein süß. Okay, jetzt das. Oh, ne Wummel am Helikopter. Wir holen uns einen Wagen beim Depot. Okay, okay. Machen wir. Läuft. Hubschrauber, Hubschrauber, Hubschrauber. Ich folge dir in die LZ. Ja, okay. Wieder durch das Tor hier, oder was? Das machen wir doch schon mal durch. Ich hasse die Wüste. Oder die Canyons. Oh, Nut. Oh, was geht jetzt? Natürlich. Hauptsache, der Weg ist versperrt. In den Entwicklern fällt aber auch immer wieder was Neues ein. Wahnsinn. Also, dann voran. Ah ja, hier oben. Stimmt. Okay, okay. Was geht jetzt? Wer schießt? Wow. Wow. Da war er weg. Da war er weg. Und da ist er an der Rente. Den haben wir. Tja. Das waren Ranghohe Politiker, würde ich mal sagen. Grayson, was geht jetzt ab? Hallo? Da wird gestürmt. Da wird gestürmt. Wow. Fress das, Jungs. Komm schon. Jawohl. Läuft. Läuft, läuft, läuft. Bäh. Oh, okay, komm schon. Komm schon, komm schon. Lass. Weg mit dir. Wow. Komm schon. Jawohl. Da bitte ich noch drum. Da bitte ich noch drum. Finally. Soll ich hier nochmal irgendwo das hier rum? Nein, ich habe Flankhand das nie mehr gefunden. Das ist natürlich makaber. Und nicht gut. Das ist nicht gut. Komm schon extra hier. Oh, komm nicht mehr durch. Oh, komm nicht mehr durch. Scheiße. Grayson, du bist dabei, oder? Läuft alles. Ne? Ich steige zu. Oh, jetzt wird geballert ohne Ende. Jetzt wird hier ballert ohne Ende. Oh Gott, was zur Hölle. Oh. Was geht ab? Hey, sehe ich das richtig? Oh Gott. Los, los, los. Ja, ja. Wow, das Teil hat echt einen Hals. Boah, krass. Nein, nein. Nicht treffen lassen. Boah, was zur Hölle ist das? Schnell weg hier. Oita. Puh. So. Wir stehen in der Luft, Eier. Okay. Ladebildschirm. Wahnsinn, ey. Da ist es nochmal zu sehen. Ein Monster. Wir werden wohl nicht drum rumkommen, das mal irgendwann nochmal vor die Flinte zu bekommen. Ich freue mich drauf.